Günstige und vor allem auch sichere FIFA-Coins kriegt ihr bei Golda.com mit dem Code in der Beschreibung. Kriegt ihr nochmal einen Rabatt. Viel Spaß beim Video. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf NoHandGaming. Freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ich war einfach letztens ganz entspannt auf YouTube unterwegs und mir wurde dieses Video vorgeschlagen. Allein als ich das gesehen habe, wusste ich, ich muss das in meine Reaction-Videos einbauen. Wir schauen uns heute die schlimmsten Discard-Packs in der ganzen Geschichte von FIFA an. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Schiss, mir das anzugucken, weil es gibt einfach Leute, die wünschen sich so viele Coins zu haben. Und die discarten die einfach, sei es außersehen oder mit Absicht. Oh, ich kann es nicht. Für günstige, schnelle und sichere FIFA-Points, checkt mal den Link in der Beschreibung ab. Dort gibt es jetzt Coins von meinem neuen Sponsor. Ist günstiger als von meinem alten und auch wie ich finde schneller. Also checkt es mal aus. Und in der Beschreibung ist auch noch ein Discount-Code, mit dem ihr nochmal einen Rabatt kriegt. Also gönnt euch. Wir gehen jetzt in das Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr heute einen Like dafür da lassen würdet. Abonniert, wenn ihr noch mehr FIFA 17 Videos von mir sehen wollt. Und dann geht es jetzt los ins Video. Rest in Peace. Link zum Video ist auch natürlich in der Videobeschreibung. Also checkt es auf jeden Fall wieder aus. Und jetzt geht es los. Platz 10. JMX FIFA mit The Burn Chip. Ja, das ist geil. Ganz entspannt. Oh, ich habe das. Nein. Close them people. Stop, my boy. Yeah. I need time to. Stop. Oh. Well. Did I get anything? Fuck off. Yeah, I'm not joking. Watch your back. Watch your back. You're joking, right? No, seriously. Fuck right off. Seriously. You definitely didn't die, but this one should be killing it. Right. Er kann sich fassen. Oh, it's me back. Ah, das geht nicht. Oh, you're back Swarman! Dude, did I discard fucking Suarez? I discarded fucking Suarez, I think! Oh my God, he's not on the fucking transfer list, dude! What the fuck is wrong with this controller? I didn't even hit up, man! Fucking kidding. Ula ist einfach kaputt. Okay, Platz 8, Exception. Was zieht der? Erstmal nächstes im 100k-Bab. Was ist das? Das FIFA 13? FIFA 40? Ich glaube, FIFA 13 ist das, oder? Das ist FIFA... Okay. Oh. James. He's got it. There we go! Oh, oh my God, we are here. We are done. Ah, James ist einfach discarded. Junge, Team of the Season, was ist das? Oh my God! Are you absolutely serious? I'm full HDF TV. Oh, that's Burnship. Der war gerade schon bei JMX dabei. Okay, Discard-Pack, 100k-Pack. High-rated. Fuck how you sing it. Wo war der High-rated-Player? Jetzt kommt noch was im größten Zimmer. Benzimmer! We are a really good one. Have we? Yeah. No, I think you are telling Finn. Have we got someone good? How do you know, what's good? What's your definition of good, Sophie? Meow! Hello, I'm talking to you. Meow! No, shit, I'm serious. Stop. Can you stop meowing? Okay. Can you give me the definition of good card? What's a good card? Don't tell me who it is, but... It's a different color card. Okay, right, right. Don't say anything else. I'm gonna go to the end. Ow. We carry. Sorry. Are we at the end? Is it okay? Yeah. Meow. Oh, seine Schwester hat das Karne. Er hat erstes Karne. Okay, let's go. Let's go. Please. Please. No. 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 Würde mich stinken, wenn ich eher werfe. Würde mir stinken. Freunde, wenn ich auch mal sowas machen soll, wie Discard Packs irgendwie, dann schreibt sie mal in die Kommentare oder lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Eigentlich will ich das nicht. Nee. 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 Nummer 6. Road to Shaw. FIFA. 14 oder 13. 14. Okay. FIFA 14. I'm not looking. I'm not looking. Who do we get? I don't know. I don't know. God, Temes. It's got it now. So. What does that throw we get? Distance von Temes damals noch. Like that? Jesus. 94. 91. Strimmelig. 88. 88. 88. 88. Hedding. Da gab's auch den Hedding, Stead. Did I get anyone? I didn't get anyone, because you're all saying different things. I did not get a team of the season Temes. Right. Let's see what I actually got. I'm watching the stream back now. Oh, my fucking God. I actually got Temes. Oh, I'm gone. Oh, you bitch. Peter Crouch. Oh, you bitch. No. That's what I was the school field. Oh, fuck the dog. No. Fucking hell. Fuck the dog. Ah, let's go. How am I going to get Temes in the one fucking pack? Put some mayo on your camera. Okay, Nummer 4. Bale im Team. Äh, im Pack. Oh, and it's gone. Und Discard Finch. And it's gone. And it's gone. And it's gone. Und it's gone. Uh, belastend. Uh, belastend. You're taking the fucking piss. There's no way I can just pack Bale. Ah, hell nah. Oh, my God. Okay, Nummer 3. Wir sind schon in Top 3. Hey, G3. Kielini, 87er. Und ich hab jetzt den Info gesehen, aber dazu noch Crespo. Crespo, Info und Kielini. Crespo. Ach, du sch- Even with a 100k-packed gun. But I just want it to be bad anyway. Kielini. It's Kielini. Another 86. Oh, my God, no! No! Are you joking me? I got Crespo. Oh, jetzt, Ennis. Gilt Platz 2. Alright. Crespo. No! No! I swear I just saw a legend. I swear I just saw a legend. I swear I just saw a legend. No! I can't believe that. I can't believe that. I literally didn't even see the- Okay, the camera's here. They're pecking. And the TV's here. I swear to God, I did not see that. I can't believe that. I got- I honestly can't believe that. Oh, my God. Hacks. This is- I hate this. This is Razunian. I don't know who he is. 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 To the right. Toni Kroos, Team of the Year in FIFA 15. Alles klar. Holy crap. Come on. Please. Nein, sag nicht nochmal. Sag nicht, er diskartet ihn nochmal. Okay. Okay. Be bad. Be bad. Come on. To the right. Oh, ne, oder? To the left. Oh, ne. Hat er nicht getan. Ne. Ne. Hat er nicht getan. Discount. No. 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 Another blue. Another blue. No. 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 Oh. Jungs, wieso macht ihr sowas? Das tut mir so leid. Das tut mir richtig im Herzen weh, Leute. Das tut mir richtig, richtig weh. Als kleines extra habe ich jetzt noch zwei Clips für euch hinten dran gehangen. Einmal der fetteste Discard, den ich überhaupt kenne. Und zweitens der größte Discard, den ich aus FIFA 17 kenne. Ich kenne beide Clips schon, deshalb brauche ich darauf nicht reagieren. Ich werde sie euch jetzt einfach nochmal dranhängen. Lasst gerne heute einen Daumen nach oben da. Würde mich gerne freuen. Und dann war es das. Wir sehen uns morgen wieder. Ich sage noch ein Wort. Haut rein. Bamiang. Please be packed left. 286. There's still hope. Come on. Come on. Oh my days. Right. We got... I don't even know. 271 left. Come on. Babe, you are... Oh my god. Up. 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 Oh my god. Up. 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 GET FINE! HOLY SHIT! SHE IS THE PACK QUEEN! MY GOD! I'm okay! I'm okay! Let's go baby! Leave him. I'm fucking done, Peter. I'm not even fucking joking. I'm not- no, dude. What the fuck? What the fuck? WHAT THE FUCK! BETA! BETA! NO, DUDE! NO! NO! Babe, that's not even- that's not even funny. That's not even- that's not even funny. Nah, nah, that's fucking bullshit. That's fucking bullshit. I'm not even- nah, dude. I feel like- I feel like- I finally got my fucking Aguero. And she just quick sold it. Are you fucking kidding me, babe? No, babe- PAY UP! But, babe, you're going for fucking half a meal! Oh my god, dude! I could've had- I don't know what to do. I- I need to- I fell on my bed! I got a- I can't-